Ich wollte mir vorhin, als ich zurückkam, als ihr dann hier saßt, war ich auch im Rückblick am Mönchstein noch mal vorbeigelaufen. Ich dachte, jetzt holst ihr dir endlich eins. Ich habe noch zwei. Ich habe hier ein Tuch jetzt. Da wollte ich mir noch eins kaufen und dann gab es keinen. Ich will das nicht wieder aufs Video nehmen. Aber ich dachte, das wäre für deine Kinder. Ich habe eine Kamera und mach Video. Ich habe die letzten Abende gewusst. Ich habe auch ein Leben. Ich habe die letzten Abende gewusst. Ich habe auch ein Leben. Verdammt, jetzt ist das auf Video. Aber wenn das meine Kinder jemals sehen, war ich da. Was ist denn der Ionstrahl da in der Mitte auf deinem Display? Bist du denn? Was ist denn die Hunde? Bist du denn? Nee, das ist eine Hunde. Naja, das ist so eine Wiese. Warte, ich habe noch ein bisschen. Nein! Warte, ich habe noch ein bisschen. Ja, wo ist das Auto mit der Zahnbarlage? Ich bin auf vier. Das ist mehr hier. Warum sind wir ganz? Das ist weg. Ja. Die mit der Zahnbarlage ist noch ein Umzug. Ist bei euch wieder was raus? Super. Nö. Weil das hink grad so ein bisschen schief. Ja, genau. Das ist voll so negativ. Ja, voll rein. Das ist neufig. Das ist kein Treffer, was man hat. Da passiert ja nichts von dir. Ja, Alter. Keine Frage. Mein Zelt lag bei Rockham Ring auch in der Knie. Also ich lag drin und das Zelt durch den Wind auf mir drauf. Also es war zwar nicht das, aber das Gewitter hat Rockham Ring auch überlegt. Von daher. Hat die anderen Rettung grad noch gezeigt? Ja, und teilweise gibt's Leute, die sind einfach nicht mal da. Ja, kann ich auch verstehen. Ja, die sind abgereist. Die waren schon weg, bevor das Gewitter überhaupt angefangen hat. Die waren schon weg, bevor das Gewitter überhaupt angefangen hat. So dank waren die. Ja. Die waren schon weg. Ja. Das war das. Du musst dich nicht oder was machen. Du kannst dich doch mal auf. Ja. Ich muss dich es nichtным. Du bist die denn? Haha. Ordentlich. Eher. Ja.